Grüß euch! Wir sind Doris und Stefan vom Team Ortenburgiker. Vielfach werden wir gefragt, warum machen wir das Projekt eigentlich? Das ist etwas, was ich mit ein paar Gegenfragen beantworten möchte. Was hat ein niederbayerischer Marktort und die gleichnamige Grafenfamilie für das große Geschehen im Allgemeinen zu bedeuten? Weshalb wird über Ortenburg in bayerischen, ja sogar schottischen Schulen unterrichtet? Und warum kennen viele Orte oder Städte in Bayern und Österreich den heutigen Markt? Dies alles hat seine Ursachen, die wir mit euch gemeinsam ergründen wollen. In der Forschung wird seit Jahrzehnten vom Problem Bayern, Wittelsbach und Ortenburg gesprochen. Dieses Problem wollen wir gemeinsam mit euch aufarbeiten. Dazu gehen wir zu heutigen Erinnerungsorten, die wir mit euch wiederfinden und neu entdecken möchten. Seien es tatsächliche Orte, Bauten oder Gegenstände, es sind für uns Kristallisationspunkte langlebiger Ereignisse und Entwicklungen, die identitätsstiftend für uns alle wirken. Diese sind natürlich hier in Ortenburg, in den Gemeindeteilen oder im Umland, aber auch beispielsweise in ganz Bayern, Österreich oder sogar in Italien verstreut. Wir wollen dabei aufzeigen, wie das gegenwärtige Erscheinungsbild Ortenburgs, des Umlandes, aber auch die Erinnerungskultur anderer Orte, die mit uns in Verbindung stehen, weiterhin geprägt ist von dem Wirken der vergangenen Generationen. Denn wir möchten euch nicht nur die Heimatgeschichte unseres Ortes Ortenburgs aufzeigen, sondern gemeinsam der Frage nachgehen, welche Spuren hat Ortenburg in Europa hinterlassen. Seid überrascht, wohin uns diese Reise durch die Jahrhunderte überall hin schicken führt und welche Person wir dabei kennenlernen werden. Und ganz nebenbei macht uns das natürlich auch sehr viel Spaß. Wir können unser beider Hobby miteinander kombinieren und wenn man sich mal vor Augen führt, wie weit auseinander eigentlich unser beider Heimat liegt, sie sind sich doch geschichtlich betrachtet relativ nah. In diesem Sinne, bleibt neugierig und ciao!